Ein herzliches Willkommen zum Part von HeyHey! Heute holen wir uns alle drei Schüppekete, denn heute ist Shopping angesagt. Wir holen uns alle Pakete, alle Angebote und den Farmpass, also alles in einem Part. Aber heute geht es hauptsächlich um die Schüppekete, denn ich möchte euch zeigen, was da drin ist bzw. drin sein kann. Ich bilde euch jetzt mal oben rechts ein Video ein vom letzten Schüppeket-Openings. Könnt ihr gerne mal reinziehen und auch, ich habe sowieso schon häufiger Schüppeket-Openings gemacht, könnt ihr euch gerne mal alle angucken. Genau, Schüppeket 2 ist immer das, was ich empfehle, denn das ist meistens das Beste, also das zweite Paket. Und ja, im ersten Paket haben wir drei 3-Sterne, ein 5-Sterne plus 50 Dias. Im zweiten drei 3-Sterne, drei 5-Sterne plus 130 Dias und im dritten sechs mal 5-Sterne plus 275 Dias. Solltet ihr euch auch Schüppekete holen oder ein anderes Angebot bzw. Farmpass, dann denkt bitte an den Creator-Code. Und Suroma B ist eine riesen Unterstützung für mich, wirklich kostet euch gar nichts und unterstützt mich sehr. Egal, wer es euch holt, holt euch nur nicht dieses komische Dekor-Angebot, das ist kacke. Aber wenn ihr euch gute Angebote holt, wie den Farmpass oder die Schüppekete, dann gönnt doch den Creator-Code. Genau, ich hole mir jetzt die Schüppekete und dann gucken wir, was drin ist. Jetzt habe ich mich ausgetobt. Jetzt habe ich mich ausgetobt. Ich konnte den inneren Trimax nicht in mich überwinden. Es ist passiert. Okay, jetzt kommen wir zu den Schübepaketen. Okay, ich bin sehr gespannt. Also jetzt kommen die neuen Schübe. Ich habe mir das extra vorher gemerkt, ich habe hier eine 10er-Kombi mit Schüben gemerkt. Ja, das erste Paket, drei 3-Sterne-Schübe und ein 5-Sterne-Schub. Okay, wir fangen an. Oh ne, direkt wieder pflanzen. Natürlich bewerten wir auch wieder jedes Schübepaket. Aber das brauche ich gar nicht. Oh, das brauche ich auch nicht. Oh nein, also wenn grün schon ist, dann schmeißt du schon... Ja, okay, das kann ich eventuell noch gebrauchen für meine Büsche. Aber sehr wahrscheinlich nicht. Ne, oh nein. Okay. Also das verstehe ich sowieso nicht. Guck mal, das Angebot sagt drei 3-Sterne, ein 5-Sterne-Schub. Aber es ist komplett andersrum. Also es ist immer ein bisschen mixed. Also die Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen anders. Also den Himbeerbusch und den Apfelbaum kann ich... Also die Beschleunigung der Büsche und die Beschleunigung der Bäume kann ich eventuell benutzen. Aber die anderen beiden sind echt Müll. Deswegen gebe ich dem ersten Schübepaket eine... Ja, komm, wir geben eine 1,5 von 10. Okay, nächstes Schübepaket drei 3-Sterne, drei 5-Sterne. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ach, es geht direkt weiter. Aber Tomaten und Kartoffeln sind besser als Kürbis und Baumwolle. Oh man, oh nee, ja, nee. Das bringt mir auch nichts. So würde die Schiffe dann eh direkt wendern. Oh, ich dachte, da wäre Tom gewesen. Dann kommt die um die Ecke. Da denkt man, es wäre Tom. Nein, es ist Rosé. Kacke. So, jetzt sag mal was Gutes. Komm schon, XP. Oh, eine Kiste. Oh, eine Kiste ist so Verschwendung. Das bringt dir gar nichts. Guck mal, sag mal, du hast ein Weizen-Käse-Ziegen-Käse-Schiff. Und dann macht dieses Schiff, weil es immer zufällig ist, Weizen voll. Was hast du davon? Das ist, ey, das ist wirklich, also eine Schiffskiste oder zwei, das ist richtig mehr auf als alles andere. Wirklich. Das würde ich niemals einsetzen. Dann lieber alle Kisten machen. Oh, Tom-Steller. Oh, aber nur drei Sterne. Aber immerhin. Okay, letzter Schub vom zweiten Schuhe-Paket, was ja meistens immer das Beste ist. Ach, Angelplätze. Okay, das brauche ich auch nicht. Okay, wir haben Tom-Steller, wir haben Rosé, wir haben, ja, Schiff Erdbein ist vielleicht ein Punkt, das ist auch, okay. Dann gebe ich dem zweiten Paket eine zwei von zehn. Auch wenn es mich so gar nicht umhaut. Letztes Paket. Sechs mal fünf Sterne Schübe. Jetzt muss aber mal was Gutes dabei sein, oder? Komm schon. Ach, direkt weiter mit dem Schmutz. Komm, hör mir auf. Oh, nee. Das hat man doch, oh, nee. Das schmerzt einfach nur. Das ist einfach eine Null von zehn bisher. Zwei Schübe, einfach null. Einfach eine Null. Ja, es geht weiter. Einfach, es bleibt einfach bei einer Null. Was soll ich damit? Ach, das Problem immer bei den Schüben ist, also bei den Angelschüben, schön, dass ich jetzt mehr Köder machen kann. Davon gehen aber die Angelplätze nicht schneller. Klar, ich könnte jetzt mit dem Farmpass Angelplätze und Köder beschleunigen. Das wäre die einzige Kombination, die Sinn macht. Aber habt mal beide Schübe zur gleichen Zeit. Das ist erstens richtig selten. Und zweitens auch, ja, das ist auch Platzverstand für die Schübe, weil ich will doch nicht angeln. Ich will leveln, ich will Geld machen. Ach, ich weiß nicht. Also, schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese beiden Schübe feiert als Kombi. Einzeln machen die überhaupt keinen Sinn. Aber ob ihr die feiert. Ich bin da, aber allgemein, was Angeln angeht, ich bin da nicht so der Fan von. Ich bin nicht mehr so negativ, wie ich mal war. Aber, ja, immer wenn ich angeln sehe, dann weiß ich nicht. Wie im Mystery Derby. Wie im Mystery Derby. Es geht einfach weiter. Es geht einfach. Ich kann da nichts zu sagen. Es ist auch schon wieder blaues Enden. Ja, Enden. Mach ich gar nicht. Boah, das ist ja ein komplettes Angelset hier. Ein komplettes Angelset. Fischbereich, Köder, Fischernetze, Enden. Sehr schön. Kann ich null gebrauchen. Das Paket bekommt einfach einen halben Punkt von 10 von mir. Nur wegen Ernest. Ja, ansonsten einfach Schmutz. Ja, das sind die Schübepakete. Also, wir haben das erste Paket anderthalb von 10. Hier. Dann das zweite Paket mit 2 von 10. Was auch schon großzügig ist. Und dann das dritte Paket mit einen halben von 10. So ein schlechtes Schübepaket Opening hatte ich echt noch nie. Das war das schlechteste Schübepaket Opening, was ich jemals hatte. Da bin ich einfach nur sprachlos. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer sehr für die kostenlose Unterstützung. Denn ich sehe immer, dass mehr als 70% keine Abonnenten sind. Und das, ja. Deswegen. Lasst gerne mal ein Abo da. Auf Ehrenbasis. Ja. Und Creator Code nicht vergessen. Genau. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir eure Schübepakete rein. Was eure Favoriten sind. Was ihr gezogen habt. Falls ihr euch eins geholt habt. Und ob ihr euch eins holt. Und wenn ja, warum. Wenn nein, warum. Würde mich sehr interessieren. Ich lese gerne Kommentare. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Ciao.